wenn der mann die religion verlassen hat muss die frau ihn verlassen wenn der mann die religion verlässt dann gibt es nur diese zeit in dieser zeit wenn er nicht zur religion zurückkehrt muss sie sofort von ihm von ihm getrennt werden weil er ist ein kafir geworden und er ist nicht mehr berechtigt mit ihr zu leben